Salut! Ihr lernt heute die indirekte Rede kennen. Ich werde das Présent, also die Gegenwartsform, und das Passé-Composé, also die einfache Vergangenheitsform, verwenden. Ihr solltet diese beiden Zeiten also können, um dieses Video zu verstehen. Legen wir los! Heute schauen wir bei Marie und Jean-Paul, den Eltern von Nicolas, vorbei. Ring, ring! Le téléphone sonne. Marie, viens ici! C'est Nicolas! Il est en vacances! Marie, komm her! Es ist Nicolas! Er ist im Urlaub! Qu'est-ce qu'il dit? Was sagt er? Je suis arrivé à l'hôtel. Ich bin im Hotel angekommen. Il dit qu'il est arrivé à l'hôtel. Er sagt, dass er im Hotel angekommen ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause! Dann geht es um unseren Sekunden und dieser Video zusammen ricoch hassle. Sie später ver respons rust Problems anderer Zielung wurde,